Peace! Kamera läuft sogar noch! Love and having fun! Also, das Licht ist schon wieder an. Es ist schon wieder hell. Zeig mal deine Tattoos. Ich hab nur Seelentattoos. Eigentlich, meine Damen und Herren, ist an dieser Stelle, wie Sie wissen, ein Vorspann vorgesehen, aber er ist wohl zu kurz geraten, oder er war nicht mehr lang genug. Das ist doch Humbug! Humbug! S Gn Ja, ähm, wie sonst hast du es gesagt, bei pissendem Wetter, also strömenden Regeln, ne, süffisanter Regen, äh, ja, auf den Turm dran sein, mal wieder und, äh, ich krieg da gleich noch einen Gast und dann gucken wir mal, äh, wo es dann hingeht, aber heute nicht im Hangout-Livestream, hier bleibt mal alles ruhig, sondern, äh, wir gehen wieder in Dortmunder Westen, ne, wisst ihr Bescheid. Ich warte dann noch auf jemanden, der kommt in anderthalb Stunden so, ne, der ist nämlich Gast bei dem, wo ich auch gleich Gast bin, und da mach ich dann sozusagen wieder Behind-the-Scenes hin und her, mal gucken, was da passiert, mehr dazu gleich, wenn der Gast hier ist, ich sag mal noch nix, ne, ich sag mal Prostata und jetzt rein hier. Ich hatte ja gesagt, vielleicht treffe ich heute noch jemanden, ach so, ja. Ja, wir dürfen nicht so nah sein, ich mach mal so, ne, den String vor, vor der, äh, Nase. So, hier. Union, Love, Unity, wie heißt das? Ich kann doch nur nicht trinken. Unity, Love and Heaven Fun. Peace. Kamera läuft sogar noch. Unity, Love and Heaven Fun. Hm, na denn Prost. Prost. Prostata. So, wenn wir das weg haben, dann machen wir uns direkt weiter auf den Weg. Ich hab ja, ich hab ja nicht verraten, wo es dort hingeht. Ihr werdet euch wundern, Alter. Da war ich auch schon ein paar Wochen nicht. So, ich setz mal wieder auf, dann kann ich besser trinken. Tschüss. Weißt du, da denkst du, du bist, äh, äh, East Side, Alter? In der West Side genauso, Alter. Und, wie geht's? Oh, oh nein. Habe ich die jetzt kaputtgekloppt in meinem Rucksack? Hör auf. Ich krieg keine Luft. Wir sind ja unter uns. Äh, wie immer, gegen die Sonne. Ich mach mal so. Ja, wir gucken mal. Hier wird noch besprochen, ne? Also, wir sind ja behind the scenes auf dem Turm dran. Das ist ein, die labern da. Und ihr werdet, ich weiß immer noch nicht, was hier passiert, was hier los ist. Äh, habt ihr schon gesehen, wo wir sind? Ne, da hol ich mir gleich eine Ansage. Ich hol mir gleich eine Ansage, Alter. Warte mal. Dortmunder Kronen. Die Krone der Braukunst. Kronen schmeckt. Yeah. DSD auf der Tour am Drannesal. Ich mit. Ja, und zwar völlig zu Recht heute Abend zu Gast bei der Wolf TV auf Twitch. Ja, Platten auflegen, ein bisschen rappen, ein bisschen scratchen. Im besten Fall macht der DSD, äh, ich, er, heute mal meine Platten kaputt, nicht seine. Ne, hat er ganz gut drauf. Und ich freu mich auf einen funky Abend. Ähm, der DSD wird auch die volle Aufnahme dieses Abends erhalten. Und vielleicht das ein oder andere Stückchen verwenden werden. Das hört sich gut an. Wie gesagt, und das Geilste ist, die ganze Sendung wird aufgenommen und wir lassen dem Herrn DSD. Davon nehme ich auch eine Aufnahme zukommen und er kann da irgendwie Sachen rausschneiden, weiter verwursten und sowas. Vielleicht könnte ich auch ein Stück davon bekommen. Äh, ach, guck mal, der ist auch da. Also, auch der Herr Doos kriegt auch die ganze Sendung in Schöner Auflösung. Ich bin gespannt auf das neue Album, der Herr Doos. Ach, der? Er hat gesprochen, oder wie war das bei Mandalorian? Ich weiß nicht. Ich bin gerade am Überlegen dran. Am Dranne sein? Ja, auf jeden Fall sind wir gleich hier in der Show am Dranne sein machen. Ich weiß, was ich meine. Der Twitch, der WolfTV. Also, ich versuche das dann reinzuschreiben, ne. Vielleicht kommt das dann nachträglich erst in die Beschreibung, weil ich brauche ja mal ein bisschen länger, aber ich habe zu schneiden. Ja. Ich glaube, es wird schön. Ich freue mich. Endlich mal wieder. Geil. Und was ja auch schön ist, da gehst du hier auf den Pott mal wieder zum Pissen, zum Händewaschen. Da ist immer noch der R2-D2-Seifenspender. Den zeige ich nachher nochmal. Der ist auch immer gefüllt, Alter. Voller Energie. Hier. Clean your hands. Hast du einen BB-8? Seifenspender in der Küche. Im Badezimmer, R2-D2 in der Küche. Ja, ich esse ja so wenig, also in der Küche war ich noch nicht. Also, ich habe dir eine Schallplatte mitgebracht. Ich weiß, du hast sie noch nicht. Also, ihr nicht die Evil-Robot jetzt, ne. Was aber auch immer schön ist, ne, da sind sie wieder. Gute Puzzle geht dir ein bisschen. Ey. Fertig? Und hast du einen Schubladen in der Roten? Der auch? Jo. Ich auch. Ich auch. Oh, Namebells. Ich bin ja gar nicht mehr. Was ist denn wohl dabei? Wer kriegt es uns? Das ist der Blätter hier, der Flatter, unser Tunnel. Die Tempel-Näger sind ein bisschen dran, oder? Hast du dich ein bisschen gehört? Ja, ich bin so, das ist so high, ich glaube, halt. Oh, Vocals. Scratches, von innen direkt. Mit dem Mund. Das ist geil, auf dem Ding. Zwei so Dingssteine halt. Geil. Super. Wir reden von Twitch und Twitter. Siehste, die wissen gar nicht, was... Da kann man immer mal drauf eingehen. Du hast ein Mikro, das ist immer offen mit. Apropos. So, und ein Prostata dann auch. Ping und Prostata und überhaupt. Back again, die ganzen Bekloppen. Zu spät. Das ist live. Dafür muss man jetzt halt ein Foto machen. Alter, der macht ein Foto. Mach mal den Todesstern hier. Komm, ich mach mal so ein Foto, wie die ein Foto machen. Video. Habe ich vergessen, ich wollte ein Foto machen. Habe ich eigentlich schon diese Aufkleber gezeigt hier. Warte, ich muss die mal... Ich darf die jetzt auch nicht verkehrt rum halten. Die sind so richtig rum. Ich guck mal, ob die Kamera noch läuft. Die sind richtig geil. So rum, so rum ist das doch. Ist ein E, ne? Und das TV steht auf dem Kopf, was haben die da? Ist das so ein Fehldruck von MTV, oder was? Ich dachte, das wäre ein E. E gleich, äh... Nein, das ist www.twitch.tv-derwolf.tv. Habt ihr die Stimme gehört? Die wird verkauft als Trailer, äh... Der Wolf TV hier. Ja, schön, hier gibt's auch schon ein paar. Zeig ich eh nochmal. Und ansonsten... Ja, ich hab da schon eine hingestellt. Wir sind doch professional. Ihr verdurstet doch keiner. Na denn, Prost! Aber wenn ich aus dem Fenster gucke, ne? Guck mal, wie's da aussieht. Alter, geil! Das sieht geil aus. Warte, die Hand immer so fest. Oh, nicht knallt, Alter! Das knallt gleich richtig, Alter. Aber wir haben ja drei Stunden, oder was? Ne, sind schon, haben wir schon acht Uhr. Ich sprech schon wieder, also komisch, ne? Acht! Und die Graffitis, ne? Oh, da sind noch zwei Graffitis. Guck mal, das Loomit-Ding zum Beispiel, könnte man noch abfilmen und... Oder... Hier. Das war Funky Chris. Der hält nämlich immer seine Mütze so vor's Gesicht. Hier. Funny Ghost to Hollywood. Schöne Grüße, ne? Ghost Army, Alter. Die Geister sind unter uns. Die, ich rief. Also, ich nicht. Dos Army, ja. Das... Shit, ey. Halt! Genau. Wen haben wir denn, Silo? Guck mal, wir haben ja richtige Fans, die schon mitgekriegt haben, anscheinend. Wen wir heute Abend zu Gast haben. Ganz recht. Es ist Pure Dose. Kein geringer, ne? Genau. Heute geht einiges, echt. Heute geht einiges, vor allem hat der Appgenhaus gerade resubt. Ja, danke dafür, Schau mal. Cool. Und wir haben auch mehrere Notte... Der Leute, ne? Ja, echt viele neue Namen heute. Schön, dass ihr am Startzeit... Eraser... Eraserhead. Das ist noch mal eine andere Geschichte. Wir reden hier relativ viel ab, glaube ich, ne? Ja. Also, äh... Nebelrosette. Nebelrosette. Also, die haben gerade... ihr hört es ja nicht, weil es nicht live ist, aber in diesem live ist hier über Aussie Pop geredet. Jetzt geht es voll ab. Ich rede über Aussie Pop. Der Wind kommt, jetzt rauscht es, oder? Auf jeden Fall Aussie Pop, alter ey. Das ist auch ein Typ, den habe ich jemanden kennengelernt und direkt geliebt, alter. Was ist los mit dem Typ? Der kratzt so geil, alter. Der hat auch... Der hat auch gerippt, oder? Ich rede so laut. Die machen eine Sendung. Ich rede da später drüber. Aber Aussie Pop, alter. Wie du was hier? Ich will die Sendung sehen. Wir wollen einen Einstieg. Ja. Auf jeden Fall. Ich starte jetzt nochmal einen kleinen Set und dann... Schauen wir mal, wie es gleich weitergeht. Der Jens übernimmt dann irgendwann. Ich habe auch ein paar neue Sachen auch noch mit, ne? Auch das noch? Ja. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Dings? Nein, es ist ein... Pippi? Habe ich jetzt zum Glück nicht gesagt. Ich habe es jetzt nicht gesagt, aber... Ich habe in diesem Badezimmer schon einiges gemacht. Nur nicht das... Ah, das Pippi. Ja, und Bäuerchen. Also so nein. Hier, guck mal, da sind sie ja. Ey, geiles Badezimmer. Ries, ne? Ja. Alle immer so, das Badezimmer... Ey. Ja, absolut. Deshalb bin ich ja auch so... Angst war aber... Ich wollte gerade sagen, der Beat ist aber... Das ist ein Remix. Der Beat ist aber anders. Aber hier. Donato Inferno. Mondlicht Schatten, Alter. Da ist der drauf. Ich schwör der. Da. Rappen, rappen da. Rappen da. Unterhalten. Der Typ ist ja Multi. Da rappen da. Da unterhält er sich und so. Da redet der eben... Ich mache ja ein eigenes Video. Wir sind ja nicht bei... ZDF. Nein, wie heißt das? Ja, das heißt ZDF. Aber hier sind wir bei der... Wolf-Dino. Ja. Sind die bei der Wolf-TV. Das ist ganz anders. Stimmt. Hier, ey, Jungs. Und ich halt das nur noch so. Ich guck gar nicht mehr MTV. Weil, äh, das muss andersrum. Ja, WTV. Ne? Und bei uns gibt's auch noch die gute alte W-Mark. Also eine Wehrung. Und die Wehrmacht. Hör auf, Alter. Ich muss weg hier. Raus. Raus. Hör auf. Styler steht auf meiner alten Tubejacke hinten drauf. Und ey, rest in peace, äh, Mr. 187. Als er ja mal gelesen hat, Styler mit meinem DSD, mit dem roten Löwen und dem Wappen auf meiner Tubejacke. Also heißt das Squirter? Hat er mir damals auf MySpace geschrieben. Und wir haben uns trotzdem schon alle drei Tage gesehen. Also, und ey, wir haben... Ja, der Todesdach ist wieder vorbei. Aber ich hab Grafitis gefunden mit rest in peace, Mr. 187. Creek, Alter. Und in und her, Alter. Und hier, Dings, Wester, die Hustle, harte, Alter. Zeig ich euch jetzt hier rein. Ich hab das gefilmt. Das ist so, so bin ich als Archivator. Pass mal auf, mit dem Special-Effekt. Ist geil auch, mit dem Licht auflegen, ne. Hm, ist voll cool. Der Todesstern, oder? Der ist schwarz. Ne, ne schwarze Disco-Kugel. Black Music, Alter. Geil, Alter. Was hat er sich dabei gedacht? Siehste? Hey. Siehste? Siehste? Ach, Mr. Schnabel. Ich wollt grad fragen, was ist das? Aber da steht ja schon. Mr. Schnabel, ich wundere, wo ich zwischen euch hinkomme. Wir haben ja noch eine Säkulärquelle aus der Fliege, die uns im Nachricht nochmal erwähnen wird. Ja, ja. Ich war das nicht. Der ist ja total krass. Der ist wenigstens für den Grund. Große, die Hagelkölner Regen. Ja, ja. Das ist Regen, Alter. Das ist Regen. 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 Aber deswegen hat man ja auch teilweise, wir haben ja auch ein Team, da sind wir teilweise mit dem Hero Boys bei, ne? Und wenn es dann um Einrichtungen von Körnerau und Trifatler etwas geht, dann stellt man einfach mal an. Und die lächeln dann immer so. Genau. Ich kann mir Lieblingssongs vorstellen. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen zu nixen. Okay. Und wir gucken mal, was da dabei rumkommt. Und wie es euch gefällt. Ja. Also. Kommentarschlein. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Die erzählen schon wieder, ich wäre aufs Kabel getreten. Ich hau direkt ab. Jetzt sind wir wieder da. Weitsichtig. Gibt es eigentlich schon einen Pürtel-O-Song, der weitsichtig heißt? Ich hab für Notfälle hier so Scherber-Kombs mäßig auch immer so. Boah. Alter, die Lupe brauche ich auch, um die Daten der Figuren auf den Füßen zu machen. Ich sehe gar nichts mehr. Also nah ist alles ganz schlimm. Ja, dann mach weiter weg. Da hat sich nichts verändert. Mach fertig. Ist doch besser. Und sieht er mich jetzt besser? Ich steck mal ein. Ja, ich steck mal ein. Du kannst natürlich auch immer gerne... Grepter, geht's doch? Gucken wir was. Bummut. Los geht's. Yes, yo. Boah. So, ich tanze dann schon mal ein bisschen für die Überbrückung. Ich geh mal einfach in die Kamera. Ich mach mir gar keine Sorgen, weil DOS ist ja Professional. Von daher, wir hören das jetzt einfach. Oder auch nicht. Bumm. Wir sind die Roboter, Alter. Das funktioniert. Jetzt geht's los mit Robotermusik. Ich zeig euch mal, wie die Zuschauer sich zusammenraffen, damit wir voll abgehen können, Alter. Von Dortmund nach Düsseldorf. Hört mal. Wir dürfen das bestimmt gar nicht spielen. Darf man das auch spielen? Ja, stimmt. Bei diesen anderen Streams, weißt du nicht wie auf YouTube, oder? Wenn da so GEMA Zeug ist oder so? Geil. Ich brauch Internet. Ja. Rupfen. Rupfen. Ich dachte, ich kenn das von Too Strong. Hast du ihn? Also ich glaube, das Mikrofon ist ein bisschen zu hoch für den Doos. Geil. Ich filme heimlich. Da hör mal, Roboter stimmen. Geil. Ich dachte schon, das wäre für Mikro-Machine. Aber das schreibt ja auch hier. Weißt du, der Joris, Alter. Mann, ich brauch, wie heißt das? Twitch. Du hast doch den Chat-Rack drauf. Da geht einiges. Ja, ja. Da geht was. Ich verfickte Sau. Erstmal gegen das Licht, aber egal. Ja, ich trinke mein eigenes Bier leer. Ich so, ey, das kann er. Alter, zwei Bier stehen. Das eine ist leer, das eine fast leer. Und dann nimmt er das leere in der Hand und sagt, wir trinken mein Bier leer. Ja, ich. Ja, selbst. Joris hat mir das gesagt. Also, ja, du. Ja, komm, den letzten Nüsse muss ich jetzt saufen. Schade. Boah. Das mögt mich so sehr. Bringt mich kurz vorm Erbrechen, glaube ich. Na denn, Prost. Direkt am Volk. Mein Kanal ist ja eigentlich halt für Star-Wars-Püppchen. Und Bier trinken. Whatever, ich mach mal Boom-Chuck-Boom-Chuck hier, Alter. Ich zeige mal. Hier, Boom-Chuck-Joris, Alter. Boom-Chuck-Joris, oder? Ja. Stopp. Ja. Ja. Na halt, doch. Da wär der Doos doch mal Disco-DJ geworden, Alter. Ich würd mir das acht Stunden oder zehn Stunden anhören. Das kann... Da kann er auch wieder sich alles wiederholen. Geil. Ja. 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 Guck mal in die Kamera hier. Richtig verdummt hier, Alter. Ich sag dir. Hier. Scratchen. Ich scratch gleich. Vielleicht hört sich auch. Nein, heute nicht. Non-Stop. Hört doch auf das. Bis zum nächsten Mal.